Dann gibt es, we got the, ah, diesen 8-Battle-Pass-for-Frie, ja, diesen 8-Battle-Pass-for-Frie, ich dann, ne, ihr denkt bestimmt so, ne, das kriegt er wieder, ne, das gibt es jetzt. So, so, so. So, so. Das hatte ich gerade hier eben für, ne, ich habe nur 7 Kills. Das ist auch fast, ich bin auch nicht mehr auf 200 Kondition. So. 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 wir ein haupt er Äh, nee, doch ist die K, ist die K, ist die K, ist die K, ich bin gerettet, ich bin gerettet. Gerettetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet noch mehr gerettet zum glück gerettet ich hab acht kills ist ja nicht schön wenn ich mit acht die stromsterbe das der scheiß war richtig er kommt schon zu kitz Und guckt so. Das ist eine von dir. Das ist eine von dir. Das ist eine von dir. Das ist ein von dir. Ich gehe noch viel vorweg. Ja, ich muss das extra äh 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 machen. Shit. Die Sauen ist wohl shit. Ich muss um den Kackberg herum. Hrrrrrrrrr. Und dabei sterb ich fast. Wenn die Sauen nicht fast verschlingt. Gerade. Komm, bitte. Jetzt kann ich wieder gerade rausgehen. Danke. Jetzt kann ich wieder schneller als der Gegner. Die meinte als der Sturm sein. Und dann ist der Sturm heisst. Der Scheiße hat sich nicht kassiert, oder? Der 79er Schaum bekommen von jemandem mit Armbrust. Wurde er hat richtig gut geheimt. Er hat es gezielt und hat mir sofort präzise 79er gegeben. Sohn, 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 so ja klasse ja auch sehr klasse in der Luft angegriffen zu werden ähm da ist ein scheiß Gegner ein Hit er braucht nur noch einen Hit wie ich er hat den Kack-Higrods töte ihn bitte Schicksal ja let's go noch jemand shallow 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 noch ein Bro-Squad nee Neeee NEEEE Schnell, stimm da nach vorne. Nein! Schnell, 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 schnell narrow! Shalom, 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 shalom Shalom, shalom Shalom, shalom Shalom, shalom 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 die jumpen alle hinterher und wir haben richtig gutes eben lieber bei den weg oder diesen wir haben so gutes eben mit dem crossbow gerade jetzt und ich komme und dann komme ich noch rein geil ja 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 Ein Schaden! Warte! Ein Schaden! Ein Schaden! Nee! Ein einziger Schaden! Das ist total dumm! Ein Schaden! Ein Schaden! Ein Schaden! Wird ruhig trug! Wenn es nur so was wie Hängeblätter gibt! Und der hat es geworfen, die siebseit Armbrust! Armbrust! Armbrust feilen! Heißt der der Modi! Spreche ich das immer so ganz wenig falsch aus! Wow! Weisbrot! Der ist die Konkurrenz! Ich bin so ganz wichtig! Ein Schaden! Die Brust! 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 Ja, wir sind im Arm. Wir sind in einem Crossbow. Und was machst du? Eine ganze Festsuche. Dafür ist das Spiel nicht der Modi da, um seine ganzen Mets zu verschwenden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF. Kann man öffnen lassen. Okay, nicht. Das geht nicht. Aber man darfst nicht drücken, wo man voll Leben hat, geht natürlich. Das ist total cool. Das Ding ist ja, ich muss wieder zurück. Und dann bin ich doch zu was anderes hingegangen. Und jetzt muss ich wieder zu Fädel. Wieder zurück. We're a lucky boy. Der bollert mich ab. Du. 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 er hat angst der wort immer okay raus geh raus ich will ich suchen gemacht da die anzuteilung Ich habe ihn. Ich komme hier. darf ich durch ähm das wie du es oder nee doch nicht nicht Das war's. Jetzt muss ich wieder zurück zu Paradise Farms. What? Ich muss jetzt wieder zurück zu Paradise Farms. Nee. Schon wieder muss ich zurück. Da wo ich war, muss ich wieder zurück hingehen. Schon wieder. Wo muss ich denn? Mit dem Herz, den Engelblätter. An der Stelle war's das mit dir. Auf jeden Fall. Wer ballert mich jetzt noch? Ein Busch. Das ist das letzte Team. Och. Nervensegen. Totale Nervensegen. Genau am Ende. Müssen sie gegen mich so ne Scheiße machen. Ich bin alleine. Alle. Ich bin alleine. Das war's. Runter. Sind alle runtergegangen. Beide runtergegangen. Ich muss meine ganzen Mets die ganze Zeit wegen diesen Spielern vorgehen. Weil die mich voll ballern. Das war's. 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 Ah, ja. Ah, boy. ich habe die zone ist viel zu schnell ja solo was ist du keine jen du